Och ja, das ist ja noch entspannt. Oh mein Gott, was kommt da denn an? Alter, was? Meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stink War. Ja, genau. Wir befinden uns heute wieder in Westwind. In den letzten Folgen haben wir die auch nicht platt gemacht. Diesmal müssen wir sie befreien. Ähm, wir haben immer noch unsere Magier. Okay, die sind ja wieder im Kriechen. Das heißt, wir spawnen jetzt erstmal welche wieder. Der Bogenschütze war übelst OP, aber ich würde sagen, wir holen uns erstmal ordentlich fett Cashy rein. Wenn ihr natürlich neu seid, könnt ihr gerne abonnieren. So, zack. Oh, die haben schon einen Spardakus. Und investieren wir mal dagegen. Wir müssen jetzt ordentlich Cash machen eigentlich. Da, da kommt einer. Die sehen so nice aus. Richtig viele. Wir haben ja schon fünf, sechs, sieben Leute und die haben nur drei. Wir machen jetzt richtig fett Cash, Leute. Die Magier sind zwar auch übel OP, brauchen zwar unfassbar lang, um neu zu spawnen, aber wenn die was können, dann hauen die richtig rein. Ich bin ja eigentlich so ein Fan von Masse gewinnt, ne? Also, massig viele Bogenschützen, die pallern die so über den Haufen. Das hat bis jetzt auch immer ganz gut geklappt. Oh, oh, der will einen Angriff. Da versucht es einer. Los, Angriff. Halt ihn auf! Oh, oh, oh. Oh, oh. Komm schon, Junge. Rettet ihn. Nein, der ist tot. Schießt ihn platt, Leute. Ja, da kommt der. Ich hab Wohl. Der haben wir. Perfekt. Kurz defenden. Wobei, wir könnten eigentlich direkt einen Gegenanwurf starten. Die haben nix. Die sind am Arsch. Guck dir das an, der kriegt direkt auf die Fresse. Unser einzelner Angreifer. Der holt ihn jetzt easy weg. Oh, Junge. Guck mal, in der Zeit, wo die hinten stehen, unsere Einheiten können die übel anschießen. Uh. Alter, die machen Half-Life. Das ist gefährlich. Damit hab ich nicht gerechnet. Ach, komm, wir holen einen Spartaner, holen wir. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine gute Reihe. Und die wurden ein bisschen was aufgehalten, dass sie hier nix bauen können. Was ist das denn? Wird mir gar nichts angezeigt, ne? Ich denke, dass die es lebt. Und das ist ein Zombie-Angriff, oder was? Ich hab null Plan. Komm. Ich will die 1200. Ich will den Magier. Nein, zieht! Brauche jetzt natürlich einen Tücken. Aber wir haben ja schon eine gute Armee. Das sieht sehr schön aus. Na, komm schon. Alter, 30. Ernsthaft? So. Boah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Das wird jetzt so scheppern. Da kommt schon der erste. Trauen sie sich? Ne, ne? Die haben, die haben nix. Was ist denn das hier für ne, für ein Schwierigkeitsgrad? Lappen oder was? So, wir warten noch auf die zwei und dann würde ich sagen, komm und was wolle. Wir gehen da rein. So. Und let's go. So, da kommt die Armee. Und der Magier. Schuss! Jo, wie sie wegrennen. Wie sagst du, Hasen? Warte, das heißt, kann ich hier rauslocken? Ne, ne? Scheiße, okay. Kommt, Jungs! Angriff, keine Möglichkeit zeigen. Der Feind hat Verstärkung geholt. Ja, der kann nix. Schuss! Immer schön aufs Gebäude. Komm, jetzt der Magier. Oh, wir haben so viele vorbeschützten. Das ist hier ein übelstes. Alter, die sind alle auf der Stange stehen. Der hilft ja im Verstärkung noch nix. So, komm, Mitch. Mach was. Kann er hier nicht ein neues bauen oder so? Kann er nicht so eine fette Attack machen? Da, boom. Alter, die ist übel OP, die Attack. Komm, 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 komm. Gewohl! Sie easy geholt. Vier Minuten, ist ja nix. Okay, weiter geht's. Richtung Niederland. Heißt das, glaube ich. Ne, Niemandsland, hast du? Ja, natürlich. Niederlande kommt eben auch sehr nah. Sollen Monster gigantisch im Ausmaß sein. Ja, gigantisch, schmantisch. So. Wir holen uns hier erstmal ein paar, wir müssen erstmal aus den Moneten machen. Gut, dass ich mir jetzt erstmal einen Bogenschütze geholt habe. Egal. Gucken wir gleich mal, was der Gegner macht. Oh ja, das ist ja noch entspannt. Oh mein Gott, was kommt da denn an? Alter, was? Der ist übel riesig. Holy shit. Kommt der jetzt zu uns? Ich hab doch nix zu verteidigen. Was geht da ab? Ja, alles klar, der greift mich direkt an. Jo, der nimmt die Leiche einfach mit in den Tod. Kommt schon, Leute, schießt. Schießt schneller. Die Produktion darf nicht stillstehen. Angriff. Haltet ihn auf. Alter, der macht übel Damage. Alter, meine Händen fliegen zurück. Ja, 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 ja. Lenkt ihn ab. Ja. Perfekt. Ne, warte, nicht angreifen, sondern erstmal kurz defenden. Alter. Jo, da kommt der Nächste. What the fuck? Ich weiß nicht, wohin das gehen soll. Komm, wir brauchen mehr Leute, die knüppeln. Auch ein Cash und Attach. Mindestens sieben von denen. Wo ist er? Ha. Hier steht Schlange. Perfekt. Alter, wie er diesen Typen schleppt, mit dem er noch zuschlägt. Okay, wir müssen ja definitiv auf Fancamper gehen. Alles andere hast du ja keine Chance. Können wir hier irgendwelche Special-Fähigkeiten einsetzen? Ich weiß halt leider nicht, was diese Zombies machen, ne? Es könnte halt sein, dass sie übel OP sind. Aber irgendwie will ich die auch nicht verschwenden. Wie sie da geknechtet werden. Okay, geht nur, geht nur hoch. Okay. Ist noch, ist noch alles cool. Hab nix gesagt. Jetzt sollten wir uns irgendwie zusehen, dass wir noch ein Mage bekommen. Das wäre noch ganz cool. Okay. Ein paar Bogenschützen. Perfekt. Was so schnell fahren wir nicht, ne? Das dauert doch. Alter, die haben schon zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Ich weiß ja nicht, wie gut der Magier ist. Lohnt sich das? Ah, ich hab so ein mieses Gefühl irgendwie dabei, dass der überhaupt nicht lohnt. Aber eigentlich ist der mega geil. Ich meine, da kostet das Zehnfache fast von einem Soldaten. Kann ja nur gut sein. Solange die jetzt nicht angreifen, bin ich zufrieden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das wird richtig übel enden. So. Na komm schon. Und unsere Figur hat leider schon ein bisschen Schaden erlitten, ne? Wir machen einfach massig viele. Guck mal, wir kamen jetzt. Warte, wir haben jetzt fast 50 Einheiten. Das muss doch jetzt laufen. Wir überrennen die jetzt so hart. Massen macht's. Sag ich euch. Oh, da kommt schon einer zu uns. Hallo, Junge. Ich bleib bei dir. Da ist doch wohl unser Gold. Alter, die haben schon drei. Oh mein Gott, das tut so weh. Es wird so weh tun. Alter. Das ist brutal. Boah, das wird jetzt echt hardcore. Der Magier, der muss es machen. Der muss es einfach machen. Zumindest haben die keine Schlitte, hier hinzukommen. Die werden da überlegen gelockt. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Dann sind wir bei 47. Ja. Ne, wobei. Das wird manchmal nicht gut gezählt. Ich verstehe es gar nicht. Manchmal wird es gezählt und manchmal nicht. Oder ist das das, wie viel wir töten? Bis wir verloren haben? Warte mal, wenn wir den jetzt killen. Aber wir haben nie im Leben, wenn wir schon 40 Einheiten gekillt. Ne, auch nicht. Verstehe ich nicht. Aber wenn ich einmal drauf klicke. Nein. Aber wenn ich mehrfach drauf klicke. Doch. Ach, das wird schon dazu gezählt. Okay, okay, okay. I get it. Komm, die Magier. Wir brauchen zwei Magier. Saruman und Gandalf oder so. Die beiden machen dat. Ich hoffe nicht, dass sie gleich noch einen vierten bekommen. Sonst könnte sie echt übel enden. So. Okay, wenn wir die jetzt haben. Angriff. Let's go. Warte mal. Moment. Stopp. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Unser Onkel Johnny hier ist ja ultra langsam. Dann muss doch mal mindestens die Hälfte nach vorne. Hallo. Hallo. Ich will dich auswählen. Komm, Jung. Krieg mal nach vorne. Du dein Ding. Schuss. Angriff. Alter. Jung. Ja. Wir sind auf Klippeln. Oh mein Gott. Ja. Wir haben sie geholt. Wieder mit ihm. Jetzt geht er neben so vielleicht schon runter. Ja, Verstärkung, Schmerkung war immer. Oh, kein Mensch. Jetzt. Zaubert sie weg, meine Freunde. Alter. Oh, ein bisschen. Das ist so spät. Das anfängt zu rückwirkern. Alter, die haben wir schon wieder dran. Wir haben einen verloren. Das geht ja mal gar nicht. Direkt nach Schub. Easy gewonnen. Ja, perfekt. Jetzt können wir unseren Giganten. Alter, wie geil ist das denn? Wir haben vier Punkte. Lass doch mal upgraden. Unser Bogenschützen sind schon durch. Wir könnten ja noch unseren Ding upgraden. Und dass die mehr Schaden machen. Und dann geht's in der nächsten Folge, geht's ab in das Eisgebirge. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Aber ich freue mich schon hardcore auf die Riesen. Falls ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, ja, dann schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Vielen Dank.